Richtung U19 und... Da fliegt ein Scrappy über unsere Base. Direkt über unsere Base. Jetzt schnell Sam Sides umstellen. Der ist direkt über unsere Base. Hab ich? Hab ich? Yo! Alter! Was kommt da raus? Die landen im Compound. 4, 5! Digga, ich hab nur die weißen runterfallen sehen. Das ist nicht neu.